Your number one gym to be. Stay strong, healthy and fit. Get ready for your Fit 7-Eleven Home Workout. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid und ich freue mich auf unsere Dance-Aerobic-Stunde zusammen. Ich habe drei verschiedene Blockchen heute vorbereitet und jeder Block würde ungefähr 20 Minuten dauern. So bauen wir eine komplette Kombi auf eine Stunde. Wie gesagt, wir bauen Block Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Sehr, sehr wichtig für mich ist, dass ihr euch zu Hause auch gut dabei fühlt und dass ihr keinen Stress mit vielen verschiedenen Kombinationen habt. Man hat genug Stress in diesen Zeiten, also das heißt, wir arbeiten mit ganz easy-going Bewegungen. Ich arbeite nach vorne, nach hinten und rechts, links auf dem Beat von der Musik. Ich bin mir ziemlich sicher, viele von euch haben Zumba oder eine andere Pre-Coreo-Dance-Aerobic-Stunde gemacht. Wie gesagt, wir bleiben in diesem einfachen Bereich und wenn jemand eine schwierige Choreografie von zu Hause braucht, ihr könnt uns einen Kommentar unter dem Video lassen und wir können euch vielleicht etwas Einspruchsvolles vorbereiten in Zukunft. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass man sich wohl dabei zu Hause fühlt, auch beim Käffchen trinken und noch etwas ein bisschen bewegungsmäßig machen. Gut, da freue ich mich und wir starten ganz easy-going mit mir. Musik 4, 3, 2, los geht's. Perfekt, wunderbar. Immer ein leichter Marsch mit dem rechten Bein. Sehr gut, okay, ein Step-Touch. Perfekt. Und das sieht schon super aus. Was heißt ein Step-Touch? Ein Step-Touch ist eine Bewegung, wo wir mit dem einen Bein zu einer Seite gehen und die andere Seite kommt direkt hier. Ja, das ist eigentlich ganz normal, ganz basic für die Fitnessstudie. Perfekt. 4, 3, 2, ich brauche genau das Gleiche mit einem leichter Tap hier. Gut. Perfekt. Sehr schön. Okay, ihr Lieben, bringt ein bisschen die Hüfte rein, ja? Schau mal, ab. Genau, die Hüfte sind hier. Gut. Perfekt. 4, 3, 2, Step-Touch. Hüpp. Schön. Immer schön lächeln, ja? Dabei. Brauchen wir in dieser Zeit. Sehr gut. Okay. Noch 4. Noch 3. Immer Chest-Tap. 2. Wunderbar. Okay. Achtung hier. Gib mir die Double. Double. Super, sieht gut aus. Perfekt. Genau. Überleg nicht viel, ja? Einfach Double. 1, 2. Super. Wunderbar. Wunderbar. Okay, Step-Touch again. Jedes Mal, wenn ich ein Step-Touch mache, hier nehmt euch ein bisschen Pause, sozusagen. Das ist eine aktive Pause, wir bewegen uns, aber trotzdem machen wir ein bisschen Pause von dem Kopf, ja? Es gibt zwei Akku-Pause. Pause von dem Kopf und Pause von dem Körper, ja? Bereit. 4, 3, perfekt. Ich baue jetzt wieder auf und jetzt brauche ich ein Cross-Back, ja? Das ist ein Grab-Bine. Und ich mache genau das Gleiche, einfach Cross-Back. Sehr gut. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, ich bin besser auf die Bewegung sehen, ja? Perfekt. 4, 3, 2. Und nochmal, Step-Touch, 4. Stopp. Ich hoffe, alles gut, ja? Perfekt. Stopp. Schön. Sieht gut aus. 4, 3. 2. Okay, pass auf, bleib mit mir. Eine Seite strecken. Tief, 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 tief. Bleib mit mir schön tief, ja? Sehr gut. Perfekt. 4, 3, 2, strecken tief, dann 4. Klasse. Einmal mit mir nach oben, strecken hier hoch. Super. Stark bleiben. Gut. Meine Mädels lachen mit. Ich habe zwei Assistentinnen, die heute sind top. Top. Sehr gut. Andere Seite bitte, ja? Cool. Sehr gut. Auch. 4, 3, noch mal. Step-Touch. Hüpp. Perfekt. Gut. Schön. Vorbereitung. 4, 3, 2, okay. Ihr Lieben, wieder zur Seite, ja? Cool. Einmal hier. Und bleibt Step-Touch. Immer wieder Pause. Einmal hier. Step-Touch. Weiter geht's. Einmal hier. Step. Cool. Sehr gut. Einmal hier. Stopp. Stopp. Perfekt. Gut. Nochmal. Stopp. Go. Okay. Step-Touch. So. Ich drehe mich um. Und ich mache noch einmal den Kreuz mit euch, ja? Mit meinem Rücken zu euch. Einmal, wenn wir verstanden haben, dann baue ich ein bisschen mehr tänzerische Bewegung dazu, ja? Ein bisschen mehr Flavor. Wir können bei Basics bleiben, oder wir können uns ein bisschen besser bewegen. Cool. 4, 3, 2, bereit. Seite. Here we go. Perfekt. Bleib hier. Seite. Stopp. Okay. Bring ein bisschen mehr Movement rein. Stopp. Genau. Ein bisschen mehr Dancing. Up. So. Seite. Yep. Stopp. Stopp. Okay. Step-Touch. Stopp. Pass auf. Ganz wichtig. 1, 2, 3, 4. Mit einer leichten Bewegung, ja? Schau mal hier. Sieh. 1, 2, 3, 4. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Cool. Einmal noch. 1, 2, 3, 4. Letzte. Gut. Stopp. Step-Touch. Step-Touch. Perfekt. Bleib da. Easy going. Cool. Ich mache jetzt mit dem Rhythmus, mit der Musik, und baue ich noch ein kleines Stückchen dazu. 4, 3. 2, 2, okay. Let's go. Yep. Perfekt. Tap. Pass auf. 2, 2, 2, 2, 3. Cool. Da haben wir es. Go. Dancing. Step-Touch. Und 2, 3, 2, 3. Step-Touch. Good. Was heißt ein 2, 3, 3, 4? Es ist eine V. Stell dir vor, du hast eine V. Und du machst nur das. Ja? Immer schön testen zu Hause. Einmal easy going. Wie gesagt, das ist kein Wettkampf, es ist nur Spaß. Side, 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 side. Cool. Yep. Step-Touch. Okay. Ich drehe mich wieder mit euch. Und wir machen den V-Step zusammen. Yep. Ready to go? Attack. Schön. V-Step. 2, 2, 3. Go. Yep. V-Step. Gut. Step-Touch. Ha. Cool. Oh, yeah. Gut. Ich bin zu viel nach hinten gegangen. For four. Eine Runde noch, ja? Pass auf. Danach mit den V-Step. Bereit. 4, 3, 2. Go. Yep. Vorne. Go. Er passt. Side. Vorne. Okay. Hier leben Step-Touch. Schau mal. Bei dem V-Step brauche ich Stop. Stop. V-Step. Also es heißt, langsam, langsam, normal. Ja? Nochmal. Langsam. Langsam. Normal. Pass mal auf hier. Langsam. Langsam. Nach hinten, ja? Join wieder arms. Arms. Hinten. Noch mal. 1, 2, hinten. Gut. Step-Touch. Hup. Stop. Sehr schön. Alles okay? Ich hoffe, ja. Wunderbar. Perfekt. 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Was heißt, fünf, sechs, sieben, acht, march, easy, perfekt, vier, drei, zwei, get ready, go, 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 stop, 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 turn, 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 boom, 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 stop, turn, 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 stop, okay, ihr Lieben, ich wiederhole es zweimal ganz normal so mit dem Marsch, das heißt, bei dem Marsch, du kannst hier arbeiten, du kannst hier arbeiten, wirklich gut für zu Hause, keiner sieht, ich sehe euch auch nicht, ihr seht mich nur, oder wir bauen eine leichte Drehung dazu, nur wenn du möchtest, ja, ich werde es anbauen jetzt in zwei Minuten, und dann wir entscheiden zusammen, ob wir das machen oder nicht, ja, cool, step touch, zweimal, zwei Mal gleiche, kombi, eine in Drehung, ja, ta, 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 cool, ben right, we're four, three, go, 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 Front, 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 shake it back, boom, side, side, front, front, back down, step touch, sehr gut, perfekt, okay, einmal noch, easy, und dann bauen wir den Drehung, cool, bereit, drei, vier, drei, let's go, let's go, let's go, attack, boom, bam, bam, go, schön, side up, side up, side up, good, step touch, pass gut auf, jetzt wird ein bisschen ein Tickchen schwieriger, wie gesagt, den Drehung, Leute, es ist kein Muss, ja, ich wiederhole mich nochmal, wir sind zu Hause, wir arbeiten easygoing, wenn du möchtest, kannst du drehen, wenn du bleibst ohne Drehung, bleibst du ohne Drehung, ja, wie du möchtest, bereit, four, three, go, 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 stop, 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 linken Schulter, one two, stop, stop front, stop, stop, rechten Schulter, step touch, schwierig, okay, nicht schlimm, ich zeige das ganz langsam und dann entscheiden wir, ob wir das machen oder nicht, ja, pass auf, tap, 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 hier, step normal, shake hier vorne, vorne und dann, immer die Seite, ja, linken Schulter, andere Seite, tap, tap, rechten Schulter, so, das heißt, ich starte rechts, ich drehe links, ich starte links, ich drehe rechts, direkt, let's go, step touch, gut, perfekt, vier, drei, cool, zwei, drei, bereit, everybody together, go, step vorne, tap, tap, let's go, hup, sexy up, ha, ha, links back, step touch, perfect, einmal noch, mit mir, und rein, ein Steffi, vier, vier, drei, zwei, zwei, let's go, hup, 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 frontal, tap, let's go, hup, hup, side, side, stay low, step touch, hup, super touch, hup,hmm, perfect, hup, 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 hup. Hup, 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 hup. Eine Wiederk록nung noch, und ich baue eine zweite. Und ich baue eine zweite Blurschen, ganz entspannt, hup, hup, bleibt mit mir, alles gut, nochmal, vier, drei, zwei, let's go, hup, five, six, seven, one, two, stop. Stopp vorne. Stopp. Stopp. Let's go. Stopp. Boom. Boom. Clap your hands. Okay. Wunderbar. Ihr Lieben, wir arbeiten weiter, ja? Pass auf mit mir. Schau mal. In heel, leicht nach vorne. Up. Sehr schön. Vier, drei, zwei. Okay. Step. Cool. Überleg mal. Vier, drei, zwei. Eine Runde noch. Ich mach's wieder langsam mal später, ja? March. Noch eine Runde. Go. Eins. March. Letzte Runde. Eins. Gut. March. Schau mal. Eins. Zwo. Drei. Vier. Perfekt. Wie mit euch, ja? Uno. Due. Drei. Quattro. March. Again. Eins. Zwei. Yep. Back. Nochmal. Eins. Back down. Stretch back. Step touch. Gut. Okay. Was passiert hier? Schau mal. Wir haben Schüfte nach vorne. Fast im Drehen, ja? Ab. Halb drauf. Tap. 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 March. Nochmal mit mir langsam, ja? Eins. Zwei. Drei. Und vier. Step touch. Gut. Es ist eine coole Progression. Vielleicht in ein paar Sessions später baue ich eine Drehung danach. Aber jetzt im Moment, wir bleiben genau da. Ja? Brauchen wir nichts mehr. Gut. Alles von vorne, ja? Seite, Seite. Beide Blockchen. Und dann den Füfte-Twist nach vorne. Mit einem leichten Marsch. Step touch. Leute, es ist ein Workout. Versuch dich zu bewegen zu Hause, ja? Bewegung, Bewegung, Bewegung. Gut. Perfekt. Wer sagt, das Tanzen ist kein Sport? Let's go. Go. Stop. Go. Eins. Zwei. Seite. Gut. Side vorne. Eins. Zwei. Sehr schön. Side. Cool. Lauf nach vorne. Gut. Step touch. Hop. Perfekt. Sieht gut aus. Das heißt, vier Stücken, vier Hips. Und laufen nach vorne. Perfekt. Step touch. Hop. Bin mir ziemlich sicher. Viele haben zu Hause Zumba gemacht. Also diese Hips-Movements sollen nicht so schwer sein. Easy. Guck mal. Die Steffel lachen schon. Vier. Keep up. Gut. Bleib mit mir bereit. Vier. Drei. Zwei. Ready? Allez, let's go. Ho. Step touch. Boom. 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 Sight in. Hup. Boom. 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 Pop. Pop, pop, pop. Sight in here. Sight in. Good. One, two, three, four. Tap. Tap. Step touch. Vier. Drei. Achtung hier. Ich bin noch mit Täusch. Eins. Zwei. Drei. Vier. 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 four more. Pass auf. Tap, tap. Shake back. Shake back. Tap. Good. Vier. Drei. Let's go. Sight in. Cool. This step. This step. Turn. Mit mir. Tap. This step. Haben wir von vorne gemacht, ja? Okay, check die Hips Hips, Hips Hips Von Back, Tap Eins, Zwei Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf, Sechs, Sieben, Acht Und letzter Step-Tag zum Schluss Perfekt, okay Pass auf Eins, Zwei, Drei, Vier Dann, Walk it, Walk it, Walk it Ein Tap vorne Zwei Tap Und Marsch nach hinten Entspann, Step-Tag Sieht gut aus I like Easy Four Three, alles zusammen von vorne Vier, Drei Go Hip, Hip Gut Turn Side-Down Hip Tap, Tap, Tap Push Push Hips Frontal One, Two, Three, Four Tap Tap Shake it back Shake it back Vorbereitung Drrrr Drrrr Gut Nochmal Mit mir Nur hier Back Back Vorbereitung Gut Vier Drei Zwei Go Shake back Shake back Boom Boom Oh my god Boom Oh my god Turn Ja, eine Rolle noch Vier, Drei, Zwei Shake back Shake back Immer Rechte Beine hinten Bereite ich mich vor Up Boom Komm Turn Easy Letzter Go Vorbereitung Boom Boom Hip Step Touch Durch Cool Alles zusammen Leute Pass auf Ich bitte euch Wenn ihr zu Hause Keine Drehungen machen möchtest Macht keine Drehungen Braucht kein Schwein Macht normal Den Marsch Hab Spaß Tanz ein bisschen mit Und wenn du die Drehungen machen möchtest Schaut ihr die Video ganz gespannt Nochmal an Sieh wie ich das erkläre Und in einer Woche habt ihr die Drehungen hinter euch Ja Das ist sehr gut Wir machen fast einen Workshop Sehr educativ Step Touch Hip Gut I'm at Alex zusammen Cool Four Three Go 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 Hip Tap Shake it up Shake it up Here we go Tap Shake it up Hip Hip Down Up Move Frontal Tap Eins Zwei Zwei Shake it back Shake it back Turn Step touch Woo Cool Fast jump Letztes mal Alles zusammen Bereit Vier Drei Zwei Go Five Six Seven Let's go Stop Stop Push Push Step Seite Perfekt Stop 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 Alles zusammen Frontal Shake it up Shake it up Shake it up Dance Frontal Good Shake it back Shake it back Step Step Push Push Step Step Punch Pull Letztes mal mit mir Mit dem Lücken Ja easy Bleib da Vier Drei Wir starten direkt Go Hup Schön Schön Good Side Tap 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 Push Side 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 Good Frontal Tap Zwei Eins Zwei Shake it back Shake it back Turn Step touch Tap Woo Ihr Lieben Ich hoffe unser erster Block hat was gebracht Wie gesagt Wenn ihr Schwierigkeiten habt Lasst die Dreiungen raus Es ist immer optionell Ihr entscheidet für sich selber Und wir sehen uns gleich mit Block Nummer Zwei Mua when you explode over me I know I'm losing my mind chord Als ob tahun